Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Bühnefrei. Diesmal geht es um unsere allererste Rapperin, diesmal geht es um unsere allererste Frau. Ihr Name ist TK Meitzer und ihre Songs, die ich euch vorstellen werde, sind unglaublich. Ich finde ihren Mix auch tatsächlich sehr spannend, Zimbabwe und Australien, sowas haben wir auch noch nie gehört. Zu diesem Zeitpunkt vom Video ist TK auch bei einem Independent Label namens 4AD. Übrigens ist das das zweite Mal, dass ich dieses Video recorde. Beim ersten Mal war die Helligkeit vom Video absolut ranzig. Ich hoffe, die Helligkeit von dem Video passt jetzt. Weil ansonsten mache ich das Video nicht mehr. TK ist eine Rapperin und Sängerin tatsächlich auch, das werdet ihr auch später merken in den Songs. Das könnte manchmal Elektropop werden, das könnte manchmal eine Ballade werden, das könnte manchmal der krasseste Trap-Song werden. Also sie ist sehr, sehr, sehr vielseitig. Aber hören wir uns doch gleich mal den ersten Song an, 24K. Das Instrumentl, Alter. Nice. Mega nice. Der Flow ist unglaublich. Der Flow ist wirklich unglaublich und ich muss wirklich sagen, sie slidet auf jeglichen Songs so gut. Super Song. Super Song. Wirklich klasse gemacht. Ich muss unbedingt rausfinden, wer das produced hat. Dan Faber, Alter. Wirklich. Dan Faber, ähm... Grüße gehen raus, auf jeden Fall. Weil der Song ist so geil produced. Das ist wirklich... Da kann ich gar nicht viel dazu sagen. Das ist wirklich... Du merkst einfach selber, welche Stimmung allein schon vom Instrumental ausgeht. Und sie macht so viel Gutes draus. Es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Song. Kommen wir zum zweiten Song, namens Schuck. Und der Song war auch in meiner Top-Liste der besten Songs mit dabei. Let's go. Let's go. Ah, diese Instrumental-Pausen sind so wichtig. Okay. Okay. Oh, was ein geiler Song. Let's go. Danach muss ich auch wissen, wer das produced hat, weil... Oh mein Gott. Wenn das auch Dan Faber ist, Alter. Es ist auch Dan Faber, Alter. Dan Faber, ich liebe dich. Ohne Scheiß. Den letzten Song hat Dan Faber auch produziert. Der Song heißt Awake und featuret JPEG Mafia. Das ist auch der Song, womit ich Gott sei Dank TK, ähm, ja, entdecken konnte. Ich habe eines Tages in die Feature-Liste von JPEG Mafia durchgeguckt und habe sie gefunden. Ey, Gott sei Dank, weil dieser Song ist so grandios und ihr werdet das auch gleich selber merken. Der enger City, Alter. Let's go. Der Flow passt überall, Alter. Ohne Scheiß. Der Flow ist so wirklich... Oh, der passt einfach. Das ist göttlich. Egi. Let's go. Nee, Peggy ist so ein klasse Artist, Alter. Ohne Scheiß. Okay. Den Fahrrad. Gott sei Dank habe ich TK gefunden, wirklich. Alle Songs, die ich heute abgespielt habe, sind von ihrer EP aus dem letzten Jahr. Die EP heißt Last Year Was Weird Vol. 2. Kann ich nur empfehlen, war eine meiner Lieblings-EPs des letzten Jahres. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, das war auch in meinen Lieblings-EPs des letzten Jahres dabei. Ich könnte nicht aufhören, wirklich über dieses Projekt zu schwärmen. Ich hätte hier jeden Song von der EP abspielen können. Das sind meine drei Favoriten. Ich hoffe, das Video war jetzt okay genug, damit ich es endlich releasen kann. Ich hoffe aber auch, ihr hattet Spaß mit dem Video. Bis dahin, man sieht sich, bleibt gesund und ciao.